Also, bist du? Ich steh auf der Treppe und mir fällt... Ah, scheiße, ich hände das Spiel gar nicht auf, Moment. Äh, Dead by Daylight, Human Fall Flat. Reinklicken, da sind wir doch. So, Human Fall Flat, da sind wir. Ja, Kevin? Ja? Ich schaff's! Was? Ja! Du bist ja nicht mal ansatzweise am Haken. Was meinst du, am Haken? Ach so, du bist schon weitergejumpt. Nein, ich bin, ich bin ganz oben gleich. Oh. Oh, ich bin tot. Oh, nein! Du bist auch. Wir spielen Journey to Valhalla. Kevin, wenn du das Boot hochhebst, dann ist es ein bisschen leichter zu ziehen. Warte, 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 warte. Oh, nein! Ich will sehen, was da... Oh, wo ist der? Ist der runtergefallen? Oh, Bruder! Okay, was ist der Plan? Boot. Boot, Junge! Ich hab'n Pane! Ja, Robin, geh rein, ich schieb' das Ding rein und dann zieh' ich mich selber rauf. Hui! Bis an die Moodie. Oh, geiles Boot, ey! Okay. Du musst das Boot nicht unbedingt rammeln. Hallo! Ich hab'n ins Geländer gerammelt. Boote, Boote, Boote! Boote, Boote, Boote! Ich glaub' ziehen ist besser. Ich will die Erde paddeln! Huuuuh! Alter, dieses Drecksboot, ey! Seid nützlich! Und zieht! Ich zieh' einen Look aus! Mach's wohl Luftwurt mal lang, Spup! Ich bin ertrunken. Ich hab's gemerkt. Ah, ich auch! Okay. Let's try this again! Zwei Leute! Einer links, einer rechts! Kevin! Du musst... ganz hier... Nein! Nein, 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 nein! Ich seh' schon, was der vorhat! Du Hure! Weh, du wirst ohne mich los! Ich zieh' uns! Ey, das funktioniert! Ah, yes! Okay! Ich brauch' ne Trommel! Jure, deine Seite! Mach' mal Tempo! So, Jungs! Oh, wir können den Hack mitnehmen! Jungs! Nein, wir wollen den Hack nicht! Haken! 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 Okay, ich paddel! Time to... Moment, ich paddel in die falsche Richtung! Einer, Kevin! Willst du denn noch mal einen paddel? Junge, ich rammel das Boot zu Destination! Das mach' ich! Wir passen da nicht! Ah, da passen wir durch! Oh Gott! Wir passen da nicht durch! Einer, wir passen da nicht durch! Eine Richtung paddel! Wir müssen hinten paddeln! Okay! Und... Rückwärts rammeln! Rammeln! Ich rammel mich gleich vom Brot! Du rammelst grad nur, Robin! Ah! Jungs! Ihr habt mich vergessen! Mann, ihr verbrannt! Komm' Kevin! Rammeln! 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 Ich hab' das Gefühl, wir haben das grad ... Lable-lable. Wir haben grad das Lable gefällt! Rammeln! Rammeln! Guck mal! Kommt das Boot zurück oder nicht! Guck mal, ich fackts, Kevin! Rammeln! Ich hoffe, das Boot kommt nicht zurück. No Trump Checkpoint. Hallo Boot. Alle rein, sieh und dann ficken. Ich kann auch von außen ficken. Lukas, ja, ja. Was haben wir witnessing? Wenn ich jemals, wenn ich jemals zur See fahre und wie mein Käpt'n sagt, okay, Mart, Lukas, lass das Boot zu Wasser, ich glaube, ich werde gefeuert. Ey, weißt du, du willst es wissen, wie es aussah, als, ähm, ja, ähm, schuldige, Nick und ich, ähm, Boot gefahren sind, Schlafboot. Ja, ich weiß, habt ihr mir erzählt. Ja, mach mal, nicht so viel Tempo, wir sind gerade eben gekentert. Okay. Kevin, halt mich, das sind Strömungen. Du hast mich gerade geboxt, Alter. Nee, du hast eine schöne Schläge. Ich. Warte mal, okay, Robin ist Frontantrieb, ich bin Steuerbord. Ich habe einen perfekten Rhythmus gefunden. Setz dich zu meiner Freundin Donnerstagabend. X-D. Anlegen. Ja. Warte. Jungs, äh, ich habe hier ein Problem. Nö, hast du nicht. Long live the King. Komm. Es ist immer lustig, dass Leute die Szene zitieren mit, ich tötete Mufasa, obwohl der das zu Mufasa nie gesagt hat. Stell dir mal vor, der hängt da einfach drüber. Ich tötete Mufasa. Herr Bruder, ich bin doch krass am Läh. Ben. Alter, geil. Parcours. Sollen wir mal auf den Parcours gehen? Was müssen wir hier machen? Würde mal sagen, die Kiste da drauf stellen. Das wäre zu einfach. Nein. Wir müssen eine Leiter bauen. Guck mal mit dem Amos hier. Wir müssen eine Dings bauen. Eine Rampe. Eine Rampe. Eine Rampe, ja. Die Kiste muss trotzdem auf den Stein, oder? Ja, ich gehe auf den Stein hoch und nimm sie an. Kommt, meine Jünger. Ich bin ein Meister der Planke. Das ist Max Planke-Institut. Ich habe die Planke gemeistert. Hallo? Excuse me. Mein Pferd ist gerade rollig. Wer hat ein Pferd überhaupt rollig? Was ist ein Pferd? Guck doch mal meine Hose an, Alter. Ja. Ich habe gerade nicht den Hitler-Groß gemacht. Uh, hier kommt man hoch! Bobbel, was glaubst du, wovon zu der Amos da ist? Ich bin voll checked fit und giggelt. Hey. Hey. Komm hier, I've come here to kick ass and chew bubblegum. And I'm all out of ass. Hey, no, na f***. How? Okay, das funktioniert nicht. Hätte mich auch gewundert. Ah, ich habe eine Idee, Leute. Ich hasse es, wenn Robin seine Sätze so beginnt. Das passiert nie was cooles. Hey, willst du das für die gleiche Idee wie ich, Kevin? Hä, weil ich dich schon legit schon seit einer Minute drin rumchirrst. Dass du auch da bist, dass du feiße bist. Okay. Siehste? Eins. Wer? Jetzt musst du... Ey, lass mich los! Lass mich los! Komm mal, schütt nicht dran. Wo seid ihr denn? Er soll mich loslassen, so ganz. Wo seid ihr denn? Hier hinten beim Turm. Was für ein Turm? Hier ist nämlich noch eine Kiste. Ah. Das war meine Idee, die Kiste zu holen. Boah, Alter, übel, nice Idee. Ja. Nein! Oh, fuck's sake, Alter. Weißt du, ist auch nicht so, wie es so ihr das so... Oh, das war feiße von mir. Aha. I see. Through the light of the Jedi. Alter, Junge! Alter, that's my place. Äh, ich greife lieber ein bisschen weiter links. Ah, nein! Alter. Ich mach das, Junge. Ich hab's. I beat... Hallo, Lukas! Oh, shit! Oh, fuck! Ich hab mich an der Wand fest. Oh, nein! Äh, loslassen! Okay. Was tut? Alter, Robin! Was? Umwege. Robin spielt auf Skill. Alternative Rules. Willst du mich verarscht? Ich muss da übers Eck springen. Hallo, Lukas. Ich bin bald da. Alter, wie kacke ist das denn? Ich muss da übers Eck springen. Oh, nein! Ich hab was da. Und da warst du eng. Alter, der letzte Sprung ist so assi. Ich glaube in dich. Du kannst das machen. Äh, ich hab's. Ich bin schon wieder am Anfang. Ich hab hier noch mehr als eine andere Kiste, Kevin. Possible, possible. Ja, hier oben ist noch eine. Alter! Valhalla, Una, na. Ey, du bist da hochgekommen. So, hier? Ja. Ich hab den Parcours gemacht. Ja, den hab ich auch gemacht. Dann musste ich weiterjumpen. Ja, auf der anderen Seite kannst du ja hier hochklettern. Na gut, da hab ich mich nicht dran gedacht. Ich bin halt da diese ganzen Bretter weitergesprungen. Am Ende musst du dich mit so einer Kette um die Ecke schwingen. Laterne! Ja, genau. Mit der musst du dich jetzt um die Ecke schwingen. No problem. Hast du es geschafft? Nee, ich arbeite dran. No problem. Ich arbeite dran. Oh. Oh, das ist ganz gefährlich. Nice! Das ist ganz gefährlich. Huah! Oh no! Oh no! Zwei Kisten für Kevin. Und was macht Robin da hinten? Muss man noch auf den Turm drauf? Das hast du nicht gesehen, ne? Weiß ich nicht. Ich hab keinen Weg gesehen, wie man auf den Turm draufkommt. Du bist aber Richtung Turm gelaufen, als du auf der Mauer warst, oder? Ja, da war aber nix. Okay. Weil das wollte ich gerade eben checken, da bin ich runtergefallen. Ich glaube, wir müssen sich auch auf dem Hügel da hinten. Ich glaube, wir müssen keine Rampe bauen. Ich glaube, wir müssen. Also, I don't fucking know. Ich glaube, Kisten stapeln wird schon reichen. Ja, ich, ich jetzt fast. Oh, das ist jetzt. Ich hab's. Ich hab's. Alter, helf mir. Helf mir. Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, ich falle nicht hier. Ich lass los. Das hat sich besser gemacht. Dann lass los. Ich hab nicht mal die Kiste gehört. Sag nicht, die Kiste ist runtergefallen. Nein. Ich hab mir das gar nicht gemacht. So, was do we have to do? Äh, Jungs, äh, ich glaube, DHL stellt uns nicht in eine nach der Aktion. Nee, meins? Nein, äh. Ich komm, ich zieh jetzt Robin. Ich hab, ich hab, also die eine Hand. Ja, ja. Haben wir, haben wir safe, haben wir safe. So, ich geh da jetzt hoch. Ja, das Ding. Nein, Robin! Ich hab's losgelassen. Oh mein Gott, Lukas, was machst du? Ich versuch das Ding da drauf zu kriegen. Okay, haben wir. Safe, 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 safe. Okay, ich hebe hoch. Passt das? Okay. Und jetzt? Jetzt probier ich das. Warte, 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 warte. Alter, ich, ich, ich hebe das. Halt die Kiste! Du hast die Kiste zu lang gehalten. Okay, Moment, ich kletter. Oh no way. Oh my God. Big brain. Wir sind halt einfach so... Schieb das nicht. Mach erst den Ambos drauf. Wir sind halt einfach doof. Mach erst den Ambos... Halt doch einfach das Brett fest, während ich da hochlatsch. Kann mir das los? Kann mir das los? Ich halte das Brett fest, damit er hochkommt. Jetzt mach den Ambos drauf. Also mal ganz ehrlich, die Level kann man ja theoretisch auch alleine spielen. Deswegen braucht man ja die Rampe. Das hätte ich niemals geschafft. Nein, du Hurenkiste! Du Hurenrampe. Ich hatte das verfeinigt. Nein, verdammt! Ich habe keinen Bock mehr! Birgit! Das war alles aus dem Endeffekt. Mach mal das Gott vorne, okay? Okay. Mach das weg vorne. Okay, ich gehe jetzt hier hoch. Ich kann mich nicht hochziehen. So, jetzt machen wir das hier an, doch. Oh, leck mir doch die Eier. Lieber nicht. Nein. Bruder. Lass los. Du bist mit deiner Trauheit zurechtkommen, Junge. Da ist genau ein Ausweg. Kevin, ich würde dir echt gerne helfen, aber so ein Spacko lässt meine Nase nicht los. Oh nein! Er dient. Lukas, rette mich. Lass mich mal überlegen. Nee. Eine Kiste ist schon mal oben. Sag mir bitte nicht, die muss da jetzt weg. Ich hasse mein Leben. Was ist denn mit der Kiste, Alter? Ich sehe uns, Jungs. Ferienjob. Kistlieferdienst bei Ikea, Alter. Oh nein, Robin, das ist kaputt. Oh nein, das gute Billy-Regal, Alter. Das ist egal, rette das. Das ist kein Regal, Kommode. Ich weiß nicht, wie die Kommoden bei Ikea heißen. Ach, den Scheiß jetzt rüber, Alter, ich muss es raus, Mann. Kommody. Ja, komm, oder? Das klang eher Switzer-Dütsch. Okay, Robin, ich halte die Kiste fest. Ich muss nur kurz Mutern trinken. So. Warte, halt du die Kiste fest. Ich gehe von meiner Seite aus hoch. Ich will mir gerade was einschenken. Ich glaube, wir brauchen die dritte Kiste. Das sehen wir jetzt gleich. Oh Gott, oh Gott. Kevin, halt die Kiste bitte fest. Hab ich. Okay. Yes. Oh Gott, oh Gott, ich habe so Schiss. Meine Hand zittert. Ihr macht das. Ran. Junge. Ja. Schwing um dein Leben. Lukas, der ist für dein Erfolg hier. Schwing. Die Kiste ist ein bisschen im Weg, Jungs. Ja, holen wir runter. Mein Knöchel. Mein Spein gefrochen hat. Junge, schwing um dein Leben, Alter. Oh mein Gott, die packt. Alter, es leckt übel gerade. Okay. What the fuck was ist wie in der Kette los? Du hast es zu viel, äh, 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 du warst zu weit oben, weißt du? Okay, und jetzt. Alter, ich sag's euch ehrlich, ich hab so keinen Bock gehabt, das noch mal zu machen. Tschüssi! Oh, yes! Nein, Kevin! Nein! Also, according to Jack Sparrow-Logik, leben wir ja noch und können auch atmen. Ja, ja. Ich mein, wir leben auch. Wo seid ihr eigentlich? Unterm Boot. Was? Keine Ahnung. Ihr seid auf der Innenseite, da wo Luft ist, oder was? Ja, genau. Wir machen den Klug der Karibik nach. Die Sache ist halt die... Ich soll euch manövrieren, okay? Ich seh halt gar nix. Ihr bewegt euch perfekt durch die Felsen durch. Ja, ich muss aber erstmal wieder auf dieses... Ihr müsst aber trotzdem auf die andere Seite kommen. Sobald ich das Ding hier loslass, bin ich tot. Ja, das geht ja hin. Okay. Das ist schwierig. Oh, scheiße, das Paddel. Steady Dust Paddel. Ich kann am Paddel schwingen. Warte mal, Kevin, theoretisch... Da müssen wir euch da draußen wieder hüpfen, also ist eigentlich egal, was ich hier mache. Ja, aber warte mal, Kevin, aber wenn ich auf deine Seite komme, dann ist doch so viel Gewicht, dass wir das Boot nochmal zum Kentern bringen, oder? Oder du lässt einfach los, du Hure. Ja, loslassen. Ja, okay, ich lass auch los. Ich frage, kommt das Boot hier? Nein. Das Boot ist da ganz hinten, Kevin. Da ganz hinten. Das Kontrollpunkt laden. Nein! Mama, ich will kein Bad mehr nehmen. Los! Rein da, rein da, rein da! Ja! Ich mach das Ding hier weg. Warum machst du das Ding nicht vom Boot aus weg? Oh, shit. Habe ich das Boot gerade ein Stück weiter weggeschoben? Ja. Komm, bitte. Weeeee! I don't need you. Oh, nein, 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 nein. Diese! Cowabunga! Ich bin euer Handrieb. Oh mein Gott, sogar siehst du das? Oh mein Gott! Was denn? Guck auch hier rein! Hä? Was da am Swing ist? Oh, loil! Alter, Sense Fortress all over again. Oh no, Alter, Flashbacks. Hat Robin überhaupt Dark Souls gespielt? Nein. Ich schau grad das Play-Thru von Maxim und ich liebe es. Oh! Oh! Ich musste mich nicht festhalten und bin zu weit gesprungen. No! Ich hab das Gefühl, Kevin ist grad das Gleiche passiert. Exactly! Oh nein! Und ich hoffe jetzt so gut! Robin ist einfach nicht gesprungen. Okay. Nein, du Hurenkind! Was ist das geil? Nein! Ein Huren... 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 Hurenkind! Alter, Robin! Oh no, Alter! Alter, das war Wahnsinn! Wie er grad seinen Pinguin-Arsch präsentiert hat. Das war einfach göttlich! Oh! Nee, nicht so! Moment, ich rette das noch! Ich rette das... Ich rette mich noch! Hä? Okay, ich rette mich nicht! Oh man! Hi Kevin! Hi! Hi! Ich... Kann man das ohne Dingens schaffen? Ohne sich festzuhalten? Oh mein Gott! Das ist nicht dein Herz! Oh fuck! Easiest game of my... Oh nein! Ich möchte nur mal anmerken, ich bin auf die Idee gekommen. Hast du das Tor aufgenommen? Keine Ahnung, was das... Ja, Tor ist... Tor geht auf, Tor geht auf! Tor ist offen! Okay, aber wir warten erst mal auf Kevin. Warte, ich hole nochmal was hier oben ist. Ja, ich hab nen Save Point. Oh, kann die Bank nicht mitnehmen, schade. Hier ist ne Bank. I don't like this! Das wirkt irgendwie komisch. Ja, ich kenn die Dinger. Oh, I don't like this! SURFACE! WAHAHAHHzona! P Spot! HOTEL SCH идет ran트 des Kotueaux. Du 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 ... Was!? Bye? HÄH? Oh nein, ich gehe wieder 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 R fromost! Alter ist einfach weg. Alter ist zuerst weg! Was ist das? Was zur Hölle? Sprint! 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 Oh nein! Das ist ein Hammer! Das ist größer! Ob er ihn als zuerst mal einen schwarzen Penis gesehen hat. Oh! No fear! Nein! Beide sind mit einem Schlag weg! Ich suche schon die ganze Zeit ein englisches Wort für Angst. Vier! Nee, eins! Ist das besser denn da, du? Ich weiß! I feel betrayed! Nein! Ich weiß, aber ich muss... Ich hatte gerade einfach Bock den zu bringen. Ach komm! Ich mag meinen Hämmern, Alter! Ich bin plötzlich gegen die Wand geschmeckt! Alter, let's go! Nein! Oh! Die Hämmer sind super unfair! Die Hämmer sind super unfair! Oh mir! Komm, 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 komm! Nein! Alter, ich hasse mein Leben gerade, ey! Was ist das für ein Scheiß? Oh oh! Oh! What?! Ey Kevin, du hast das Ding voll in den Hinterkopf gekriegt! Okay, wir warten jetzt... Uiih! Okay! Eins, zwei! Okay, nicht zwei! Ba 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 ba! Ba ba ba! Ba ba ba! Verstehe allmählich Kevin's Taktik! Oh! Oh mein Gott! Ich hab eine Idee! Oh! Oh no! Oh yeah! Ah, ich hab die Idee, Junge! Mhh! Yes! Willst du mit der Wand entlanghangeln? Nein! Ist besser! Den Dinger kannst du dich nicht festhalten, hab ich schon probiert! Ah, wie ist das mit Hämmern? Ja, den Hämmern habe ich auch schon probiert. Nein! Okay. Oh, ist doch zu weit. Ihr wisst immer schon, wie einer verfindet, der Name. Okay. Bei Lukas. Nee, ich bin noch da. Aber jetzt nicht mehr. Nein! Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott! Ah, nein! Nein! Der letzte Hammer hat mich gefickt. Oh, ich war zu weit links! Oh! Meine Klöten! Okay, Moment. Den warte ich noch an. Okay, und go! Da ist einer jetzt. Okay, und go! Ah, f*** meinen Arsch. Wir wissen immer schon, wie einer dann verfindet. Oh, oh! Oh, no! Ich dachte, ich war schon weit genug. War aber nicht so. Okay, den warte ich ab. Und go! I did it! Den warte ich nicht ab. Ey, der hat mich nicht berührt! Doch. Scheißdreckstrickbox. Ah, ich glaube, der mich berührt hat. Rito, please fix. Oh! Alter! Oh, der hat mich getroffen! Der hat mich nicht getroffen! Kevin sagt mir bitte, du hast es! I got it! Oh yeah, baby! Kein Checkpoint, Alter! Fall down! Good job, baby! Ich glaube, wir haben es jetzt einfach, ja. Ey! Easy! Das war übel geil, das Game, ey! Ja. Okay, Lukas, du hast die anderen. Tschaui!